Hey Leute und willkommen zurück zu Lara Croft and The Temple of Osiris mit den anderen, die hier rumlegen. Wie blöde. Hallo, Redulax-Lasershow. Mich sprengen bitte. Ja, ja. Wenn man netzt. Oh, sorry. Lass uns mal mal ein paar Sachen aufgehen. Alter Schwede. Was sagt sie? Du bist runtergefallen bei mir. Stachelkugeln, Hilfe. Ich habe es geschafft. Wie sieht es aus? Nein, nicht so ganz. Wo geht es? Ach, da geht es rauf. Oh Gott, da. Oh ja, kommt irgendeine Kamera. Kommt ihr nicht mehr raus? Ah doch, hier. Ne. Hier. Wir müssen es alle schaffen, weil sonst kann man es nicht weiter schaffen. Ja, am besten warten wir immer so ein bisschen. Ja, ich warte mal hier. Wie hoch ist es? Wie soll man hier weiterkommen? Die Plattform da drüben ist runter. Äh, ja. Kommt man da rechts nicht hin oder eher links? Könnt ihr das hochziehen mit dem Stapen? Ne, geht nicht. Hier war vorhin mit Plattform. Ja, deswegen. Ist jetzt weg? Ich versuche mal was. Hier, Ronimo. Das geht. Ah, das geht. Sehr gut. Genau, ganz schön weit springen die Leute hier. Ich gehe nach rechts, nach rechts. Oh Gott, diese Nerven. Oha. Ah. Mensch, wir haben es geschafft. Ey. Solarkupferring, der Stärke. Nein. 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 Ich habe die Belohnung bekommen. Dann lass dich lieber sterben. Ich lass mich sterben, ja. Du kannst dich hochziehen hier. Ach ja. Stimmt. Hallo. Aber die Strömung ist gerade so stark. Du musst, du musst, du musst an, an kämpfen. Du musst das. Du musst das. Du musst das. Gegen den Strom, am Abgrund der Planung. Ah, sehr klar, Mann. Ist doch. Sehr cool. So. Habt ihr auch die Belohnung bekommen? Ja. Den Ring habe ich gespielt. Hier bestimmt der Brugger wird weggenommen. Und Brugger, sie haben jetzt alles wieder ein. Oh, oh. Oh, Indian. Oh. Oh. Hier kommen Gegner übrigens. Die gibt es auch hier in dem Spiel. Jetzt? Oh. Ich dachte, wir müssen hier irgendwas bauen oder so. Hä? Ich bin auf Minecraft. Was? Ich bin auf Minecraft. Also, ihr habt mir gesagt, wir spielen ein Minecraft L.P.T. Von Gegner. Ja, das ist ein anderes Mal. Ich muss alles was bauen. Oh, Kitty ist fast tot. Guck mal, hier ist noch. Bam. 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 Wahnsinn. Krokodile-Allegatorne. Ferbert. Aue. Ich kann in-games auch und fällt mir gerade ein. Wo ist das? Das fällt mir gerade ein. Moment. Moment. Oh Gott. Guck mal, hier kann man das umschießen. Da ist ein Schädel. Da wo Jana ist. Ah, ich sehe es ja. Ja, stimmt. Stimmt. Wissen wir hier wahrscheinlich. Warte. Wollen wir erstmal hoch oder wollen wir erstmal... Hey, guck mal. Sehr gut gemacht, Bruv. Der Schädel ist auf. Ja, doch. Wirklich, sehr gut gemacht, Bruv. Das war echt ironisch gemeint. So hoch da. Wisst, irgendwie habe ich keinen In-Game-Sound. Okay, Leute. Ihr habt, Leute, keinen In-Game-Sound. Aber wenn kein In-Game-Sound da ist, sind wir auch nicht da. Ja. Haha. Okay. Ja, dann kannst du es wieder nach unten am Schiffen. Ja. Ich habe, glaube ich, was... Okay. Versuchen hier. Okay, Jana, dann. Oh Gott. Okay, irgendwas mit der Kugel. Ja, lass dir mal... Ach, da ist sie. Nee. Jetzt hier. Jetzt hier. Jetzt hier müsst ihr die Säule hochmachen. Nein! Okay, die... Achso, ihr müsst verlangsamen wieder. Und dann kommen wir die hier hoch. Stimmt, irgendwie... Eine von uns muss verlangsamen. Oh, das war die falsche. Das war die falsche. Verlangsamen. Ein Flipper. Warte mal. Die Stacheln müssen weg. Wie kann man die Stacheln hier wegmachen? Ach, die macht das weg. Mach weg, mach, mach. Weg, 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 weg. Wie? Muss man denn nicht da unten? Mit dem Stab? So. Jetzt hier hoch. Das bringt ja nichts, weil hier sind die Stacheln. Ah, doch, doch, doch. Warte, warte, warte. Ah, nein, nein. Geht weg. Jetzt nach oben. Ich kann sie nicht rollen. Ich kann sie nicht rollen, auch jetzt. Das packt total rum bei mir. Komm hier hin. Ich kann sie rollen. Ich kann sie nicht 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 rollen. So, jetzt sauber. Wir haben es geschafft. Ja, Mann. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind die Besten. Sind wir eigentlich in einem Level-Din oder sind wir in der Overworld? Ne, ich glaube, wir hätten da rein müssen, aber jetzt ist hier Secret. Hallo. Hallo. Hier stimmt was nicht. Das Mahl auf meiner Hand. Es juckt wieder. Oh. Mein Mahl. Ich glaube, es stimmt irgendwas nicht. Nein. Ich bin Harry Potter. Gartier. Doch nicht das schon wieder. Schau mal. Nein, 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 nein. Das haben wir doch schon mal. Oh Gott. Der mag uns aber. Ja, tierisch. Oh, er hat mich zertrampelt. Oh. Mich hat er gefressen, glaube ich. Also, ich spawn mal lieber nicht, weil sonst für die auch nur Punkte. Spawn doch. Ist doch egal. Nein, nein, nein. Ihr macht das schon gut. Ihr macht das schon gut. Du sammelt wieder alles ein. Immer dem Geld nach. Na klar. Das ist die beste Strecke. Nein. Wuuuh. Frogadiel. Ganz viele Frogadiel. Oh Gott. Was hier aufgeht. Oh Gott. Spreng, Bruh. Du schaffst das. Ich schaffst das. Ist noch jemand am Leben? Ich hab's ganz falsch eingeschätzt. Nein. Wieso seid ihr nicht respawned? Sagt der, der nicht respawnen will, weil er geizig ist. Ja. Ich wollte den Fokal-Move raushauen, so. Ja. Ich spawn jetzt nicht, weil ich dann alle Punkte verliere. Nee. Ich verhindere ja dadurch auch nur. Nein. Ja, nicht wahr. Wir sind hier. Sehr gut. Geht direkt schon weiter. Oh Gott. Oh Kamera. Let's. Let's. Sehr gut. Wir haben's geschafft. So, komm her. Schwimmen. Uiuiuiuiui. Dann war das ja doch richtig, verdamm' ich. Oh. Was ist das denn? Ich bin nicht gierig. Ja. Wir haben nirgends gesagt. Wir haben nirgends gesagt. Wir haben nur schnell. Du bist wie ein Wiesel. So ein Pfingstwiesel. Wie so ein Wiesel. Seit wann seid Wiesel gierig? Wir haben gesagt wie ein Pfingstwiesel. Greasy. Ich sollte ein Boot kaufen. Errungenschaft freigeschaltet. Mhm. Schade. Dann haben wir draußen was liegen lassen. Sehen wir zu, dass wir zum Schreien zurückkommen. Bevor wir ertrinken. Ach, das war wirklich noch ein Level, du. Guck mal. Hä? Sind wir da reingegangen und waren wir von Anfang an drin. Wir waren da jetzt schon drin am Anfang des Parts. Deswegen, wir haben mittendrin aufgehört vor letztes Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja stimmt doch. Wir sind beim letzten Mal rein. Das war nach diesem Roulette. Mhm. Wurde doch hier gerade auch nichts angezeigt bei dieser Statistik oder was das war? Das könnte nützlich sein. Mhm. Doch. Sie haben doch sicher haufenweise Artefakte zu Hause, oder? Sie brauchen das hier doch gar nicht. Ja klar, ich habe voll viele Artefakte zu Hause. Ja, Lara hat doch voll grobe zu Hause mit Artefakten. Bei mir kommen nochmal die ganzen Tutorials, wie die Tone funktionieren. Ernsthaft? Ich glaube das Spiel ist ein bisschen kaputt bei mir. Kann das sein? Ja, ihr habt ja auch, ähm, jetzt erst diesen Hitmananzug bekommen, ne? Ja, und? 800... Ich habe 800, man braucht 1000, sag mal. Ich habe 511... Ich habe irgendwas mit 511 hier. Ne, so eine billige Truhe will ich nicht. Die will ich hier. Kann ich ja gar nichts öffnen. Wieder ein gewöhnliches Amulett, yay. Nein, ist nicht runtergefallen. Ey, die Tutorials kommen ja nochmal, es sind genau die gleichen. Echt? Ich habe jetzt dreimal die Tutorials durchgeklickt, wie man eine Schatz-Truhe öffnet. Ja, bei mir auch. Das nochmal? Für den Fall, dass ihr es vergessen habt, warum nicht? Ja, kann ja sein. Schwimm ich? Ah ja, schwimm. Na ja, Schwimmbahn. Wo müssen wir denn hin? Da zu Bru? Ja, da unten war, glaube ich, Exit irgendwo. Okay. Ich glaube, ja. Ach, ja genau. Ich habe hier noch ein bisschen was. Gewöhnliches Amulett. Und nochmal das Tutorial. Oh, nochmal, bei mir auch. Ich habe so lange schon verstanden, wie man so eine Truhe öffnet. Ich habe ja ein Update, weil mir kommt es jetzt nicht mehr so schlimm vor mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber. Oh. Hä? Ähm. 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 So viel dazu. Ich bin tot, ja. So viel dazu. Die Kamera ist super. Beste Kamera der Welt. Oh, Leute. Das hier wird so ein Let's Trash, glaube ich. Also nicht Let's Trash Tasmani, sondern Let's Trash Play. Let's Trash Tasmani. Oder? Also es ist mal echt schlimm jetzt gerade. Ja. Also nur damit du es wüsst, irgendwann muss mir die Aufnahme schicken. Ihr habt die nicht. Ja. Weil sonst kann ich nicht spielen. Ich kann es sonst auch nicht spielen. Ja, ich kann es dir schicken. Das geht ja. Okay. Es sind nur zwei Gigabyte Poker. Aber die kannst du ja mal eben. Ja. Sollte ja nicht zu schnell lang gehen. Ja, na du kannst ja mir, oder? Ja, ja. Ich kann es dir schicken. Dauert dann nur drei Tage. Wir müssen hier Videos nochmal das Tutorial. Alter, bei mir auch. Dein. Aber ich allein herrsche über die Mächte, der du hast. Nicht mehr lange. Ich glaube, die haben das nur ein bisschen verschlimpestet. Kann das sein? Ich habe auch so lange so das Gefühl, irgendwas ist hier nicht richtig. Das Problem, was ich habe, ist, ich kriege nicht mit, wann die reden. Echt? Ja, so. Dann gibt es keinen Sound. Das ist ja aus. Ja. Man muss nur dazu sagen, Leute, mein Mikro ging vorhin aus, als wir das angefangen haben aufzunehmen. Oh, da oben ist noch ein roter Schädel bei mir. Ja, sorry. Ich war schon drin. Nein. Der Volker wieder. Wir können ja nochmal rausgehen, wenn ihr wollt. Nö, jetzt machen wir den Level, oder? Nö, wir gehen raus. Ich gehe raus. Oh, ich glaube, der Level geht lang. Zehn Minuten ist das Minimum. Für die Belohnung. Oh, eh, ja. Dann musst du mir mehrere Parts checken, Bro. Viel Spaß dabei. Meine Güte. Was ist das für ein Gestank? Oh, warte. Was für ein Gestank. Durch diese Schäfte wird das Gas nach oben geleitet. Oh, nein. Gas. Das ist doch gut. Gasrätsel. Gasrätsel sind die besten Rätsel. Das Krokodil. Das Krokodil letztlich selbst gesprengt. Oder was? Das ist ja auch. Das ist ja auch bei mir. Das ist ja auch bei mir. Wieso versuchst du es nicht mit deiner Fackel? Was? Hä? Wir haben ja... Ah, jetzt werdet ihr wichtig. Ihr habt die Fackel. Die ist tot. Ach so. Wir mit der Fackel. Ja. Ja, endlich mal. Haben wir auch mal einen Nutzen hier. Jetzt seid ihr auch mal einen Nutzen. Echt mal? Sonst machen wir immer nur die... Ah, jo. Hier oben kann man der Fett. Ihr Fett, bitte. Du wirst doch selbst. Ja, danke schön. Ach, Schild. Soll ich wieder backen, dass ich da hochkomme? Hier. Das sieht wieder mal sehr grazil aus, wie ihr das macht. Ach so, da müsst ihr gar nicht. Jaja, schau. Jetzt lassen sie uns nicht hoch, damit wir keine Punkte haben. Ihr könnt ja. Ihr könnt auch springen. Hier. Oh, da sind ja Stacheln. Au. Huch. Oh mein Gott. Aufmer. Sprengen uns halt alle runter. Ich bin auch grad in die Stacheln gesprungen. Oh Gott. Irgendjemand hat mich runter gesprengt. Ich weiß nicht, wer es war. So. Hier schön wieder Alligatoren töten. So. Ich glaube, hier oben kann man noch hin. Ja. Hier ist irgendwie ein Secret oder so. Ah, so ein, so ein Granatenwerfer hier. Wird ihr mal die Stacheln da irgendwie mit... Warte mal, geht das irgendwie weg? Also mit dem Stabkampf? Oh, hier ist noch ein Schädel. Aber da musst du... Hier bist du da rauf gekommen. Ich bin auf deinem Seil gelaufen. Ah, guck mal. Dann gib mal bitte einer hoch von euch. Ja. Nee, bevor ich weggesprengst. Ah. Hier. Brauche ich keine Muni mehr. Hilfe. Komm. Ja. Nein. Komm. Ja, nicht so. Du borgst doch bei mir extrem. Jetzt? Ah. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch die Granatenwerfer davon, wenn es geht. Ja, aber... Ja, warte, ich... Äh. Ach so? Hä? So einfach geht das? Okay. Komm ich da rund. Ja. Geht ihr die Energie nehmen? Genau. Ähm. Ähm. Ich komm da nicht mal hoch. Ich muss kurz mal zurückkommen. Ich komm nicht hoch. Entweder müsst ihr mich hoch holen oder ganz zurück so. Dankeschön. Schau rauf. Sehr schön. Schau rauf, können sie reingucken. Ah, die Kamera wurde deutlich verbessert. Danke dafür. Haben die gut gemacht, ne? Finde ich auch. Ja. Oder gab es überhaupt einen Patch? Ich weiß ja nicht mal. Ich... Ich merke das wie bei Steam. Ich habe die automatisch. Ich glaube auch nicht. Ja, ich glaube auch. Und... Vereilen wir uns. Oh nein. Was ist das für ein Ticken? Wir haben... Schädel. Oh hier, schnell schnell schnell. Mach Kugel, mach Kugel. Ja. Nein, nicht die Bombe. Nicht die Bombe. Jetzt hat er wartet. Ja, Trash lebt's noch. Ja. Ja. Nein. Jetzt spawnen wir alle hier oder was? Moment, Moment. Kann man... Nee, nee, nee. Nee, nee. Enterhaken. Enterhaken. Vielleicht können wir uns rüberschwingen. Zum Schalter. Oh, nee. Das kannst du vergessen. Äh... Ich glaube wir müssen alle sterben. Nee, nee. Oh Gott. Nee, warte. Sterbt mal bitte. Komm. Das bringt nichts. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Du es. Du es. Da kommt man glaube ich nicht mehr weg. Du es. Du es. Das ist so bescheuert, dieses Spiel. Also kann man Spaß momentan. Ja, lustig ist schon, aber es ist so verbuggt. Ah ja, zur Weihzeit braucht man halt gerne Zeugs da. Vanillekipferl hätte ich gerne. Machst du mir welche? Ja, für dich immer wieder gerne. Oh. Oh. Vanillekipferl. Du hast auch noch welche. Ich hab grad... Funktioniert nicht mehr. Okay, Leute. Ja, es hat sich ein bisschen aufgehängt, das Spiel. Das passiert ja nicht sehr oft. Von daher kann man es mal verschmerzen, finde ich. War es jetzt ironisch gemeint? Ja. Achso. Guck mal hier, ich bleib mal hier stehen und ihr könnt den Schädel holen, weil nicht dass das wieder passiert wie eben. Ja, noch viel Zeit. So. Ich könnt ja weiter, ich komm dann gleich nach. Ja, ich bin da. Guck mal, könnt ihr vielleicht mal da drauf, vielleicht... Ja. Vielleicht bleibt es ja jetzt. Moment da unten, seht ihr da? Da ist noch was. Was ist das? Das ist der Platz noch Geld. Das ist irgendwie... Warte mal, da kann vielleicht einer jemanden runterlassen und dann... Lass doch mal einen runter, Focker. Das ist glaub ich nur Geld. Ja, was soll ich runterlassen? Ich muss einen runterlassen. Wir müssen da durch, um den Schach zu entzünden. Dann muss einer von euch jetzt runtergehen. Ja, ich opfe mich, komm. Okay. Ja. Hast du mich? Nein, du hast mich nicht! Nein! Ich hab aber nicht losgelassen. So, jetzt, ich hab nicht. Wir müssen auf die mittlere Plattform. Oder so. Ich hab nicht losgelassen. Ich hab nicht losgelassen. Ich hab nicht losgelassen. Das war's lieber. Nee, glaubt ihr. Ich bin am Punkt. Das spinnt total rum, Focker. Das machen wir wirklich nicht. Wir würden dich nie runterfallen lassen. Du vor allem. Ich nicht. Also, wenn sie's sagt, dann glaube ich hier das vielleicht. Oh, das war nett. Ja. Hoch da. Kitti? Könnt ihr mal drauf schießen? Nee, ich glaub wir müssen... Es reicht, wenn einer die Fackel jetzt macht. Oh. Und jetzt, Moment, noch mal ne Bombe hin. Könnt ihr mich hochholen? Ja. Mach mal die... Komm. Ja, ja. So. Super schön. Wir müssen eh unten bleiben. Ah. Ich hätte die ganze Zeit unten bleiben können. Wow. Ich sehe keine Stufe. Ich auch nicht. Ah. Ah. Kitti, sag doch mal was zu dem, was die hier sagen. Wie denn so interessantes Zeug. Oh. Oh, wie schön, dass die was fallen lassen. Und das alles ins Netz fällt. Boah, da ist ja ein Gegner. Bronze-Punkte-Herausforderung, okay. Wir sind hier präsentieren auf dem Saunen, so als ob sie hier die Barbos wären. Die Barbos? Ja, richtig. Barbos zeigen, wer der Chavo ist. Chavo ist wissen, wer der Barbos ist. Genauso. Ach, du bist ja der Hip-Hop-Experte hier. Ja, du bist der Bunny. Du hast die Streetcreds, die wir nie haben werden. Streetcreds. Streetcreds. Warte mal, irgendwie müssen wir hier Feuer dran kriegen. Ah, guck mal so. Busch. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So gefällt euch das, glaube ich. Hä, und was bringt ihr so eine andere Schalte da? Lebensenergie. Ich weiß, ich bin gierig, Sock. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, die Lebensenergie. Das ist bei mir so drin. Das ist bei mir so. Die bekommen sowieso alle, wenn es seine einsammelt. Das ist ja nicht schlimm. Gar nicht. Doch. Die Kristalle bekommst nur du, glaube ich. Was lavast du? Ja, ja, Kristalle schon, aber wenn das Lebens-Upgrade und so, das bekommen alle. Ja, das schon. Ich will mir immer so eine 1000er Truhe kaufen, dann bin ich abzufügt. Ja, dann bist du für 5 Sekunden zufrieden und dann wieder Gier, 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 Gier. Ich brauche noch mal nach dem Haus, sorry. Gier, Gier. Siehst du deine Gier? Deine Gier treibt er sonst wo hinein? Nein, das ist Schadensfreude, Fucker. Nee, du wolltest das Geld haben. Da ist was. Er kann hier die Säule hochmachen. Und? Was bringt mir das? Gar nichts. Nichts. Ah! Kannst du hier jetzt? Bin ich? Hier war doch auch in der Mitte noch irgendwas. Ah, hier ist ein Link, hier ist ein Link. Kann jemand von hier herkommen nochmal zur Säule? Ja, Kamera ist gerade doch, weil Bruga gierig ist. Sorry. Du kannst aufhören, mal ganz kurz gierig zu sein. Danke. Ich habe ja schon hergerollt. Jetzt schießt da ran, genau. Oh, da ist auch was, schaut mal. Was? Achso, nee. Moment, jetzt muss jemand rüber. So. Sehr schön. Das ist doch mal Teamwork vom Feinsten. Ist hier oben noch was? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie die Tür da aufkriegen. Seht ihr hier über mir, da ist hier noch eine Plattform. Ist da noch was? Nee, rüber? Nee. Ich glaube nicht. So, wir müssen irgendwie, hier muss noch irgendwo eine Fackel da. Ja, hier in der Mitte auch, auf der anderen Seite. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, wie kriegt man da Feuer dran? Oh. Vielleicht Feuermunition. Ah, okay. Böse, böse. Hey, was habt ihr gemacht? Feier gemacht. Achso? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Raus, 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 raus. Ah, nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Geh weg. Was macht ihr da? Irgendjemand zieht. Da hat die Kamera ganz weit nach unten. Äh, Trash. Sie ist wieder raus. Oh nein. Was? Ich bin doch gar nicht raus. Du bist aus dem Map draußen bei mir. Bei mir nicht. Ich laufe die ganze Zeit normal. Alter, ist sie doch. Bei mir ist sie jetzt ganz oben auf dem Bild. Jetzt ist sie wieder da. Ja, Trash ist bei mir da. Nee, sie war außerhalb der Map bei mir. Ja. Deswegen, deswegen ist die Kamera auch. Weil wieder. It's trash. Fresh. Da gehst du noch gerade nicht eingefroren. Hä? Hä? Sobek ist übrigens ein Endgegner bei Kessel, wegen der Lautsverschaltung. Ja, ich hab ja auch gelesen. Aha. Hey. Ich hab's gewusst, ich kenn ihn irgendwo, ja. Hey. Ach, hier ist ja noch einer. Ich werd ihn gebrauchen. Ist okay, ich fühl's mir nicht anders gebraucht. Ohohohoho. Kitty, sag mal was zur Musik. Das ist doch toll, oder? Oh fuck, ey. Lelelelelele. Trolalalalala. Ich würd sagen, Leute, damit reicht's auch für diesen Part mal wieder. Wir haben's grad so um die Bühne gebracht mit diesen komischen Kameras da. Aber es macht Spaß. Ja, das stimmt. Solange wir uns hier ein bisschen sprengen und so, ne? Dann du... Horror Kitty mit ihrem Mega-Radius. Ja, Leute, schaltet bei den anderen auf die Kanäle mal rein. Gibt's sehr lustige Videos dort. Nicht nur Horror und Krams. Auf jeden Fall, bisschen Liebe da lassen. Und wir sehen uns wieder zu Tomb Raider, die Temple of Osiris. Ne, Lara Croft. Tomb Raider, die Temple of Lara Croft. Und wenn du reingepsegst. Ne, satisfies selbst. Andress. Und ich hab's nicht News, Hughersicação zu sagen. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss, tschüss. Bei uns bei uns in den Haseln das Update. Bescheid ihr das Projekt Haven неmentsando young-ignelektiert, zu sagen Mit so-res by potentially up Vorteile zu sagen. Why Even Time is the core to the size of millions. Vielen Dank.